Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Schmidt, das Abkommen mit dem Iran hat gezeigt, dass diplomatische Anstrengungen zum Erfolg führen können, auch wenn sie fast aussichtslos erscheinen. Diese Lehre müssen wir uns auch für den Bürgerkrieg in Syrien vor Augen halten. Wir brauchen einen politischen Prozess, der alle Konfliktparteien an einen Tisch bringt. Nur so können wir das Morden beenden. Nur eine politische Lösung wird es den Syrien erlauben, wieder in Frieden miteinander zu leben. Das einseitige militärische Eingreifen Russlands ist nichts Neues. Ich weise seit Monaten diesem Haus darauf hin, dass Russland seine schützende Hand über Assad hält und in die Lösung des Konfliktes mit einbezogen werden muss. Das hat nichts damit zu tun, bei den Sanktionen zur Ukraine nachzugeben. Es ist katastrophal, dass Präsident Putin sich nur noch aktiv in den Bürgerkrieg einmischt. Russland ermöglicht es Assad damit, die Bevölkerung ganzer Städte weiter täglich mit Fassbomben zu terrorisieren. Das muss ein Ende haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass es insbesondere dieser Terror des Assad-Regimes ist, der Millionen Syrern zur Flucht aus ihrem Heimatland getrieben hat und weiter treibt. Herzlichen Dank für die diplomatischen Bemühungen der hohen Vertreterinnen. Vielen Dank, Herr Kollege Lietz.